Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead Staffel 3 A New Frontier. Und haut zu. Richtig schön. Das tat weh. Oh. Alter, das tut so weh, ne? Oh, 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 oh. Army! Hey, we should have to jump here and give it nothing but a flying line or you. If I'd have known you were David's brother, I'd have shoved that gas can down your throat and lit you up like a candle. But this will do. So ein Pech aber auch. Fuckin' Garcias. You, you, you took my goddamn guts out. I'm, I'm, fuck. This is for Mariana. She was a sweet little girl, just minding her own business. Okay. Gerne. Get it over with. Hmm. Aber so was fun. Come on. What are you waiting for? We've got a move. No point drawing it out. Huh? Ich wollte... Drücke B, um weiter auf seinen Schädel einzuschlagen. Hab ich. Aber da stand Y. Zylon. Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist denn das für eine Scheiße? Hä? Huh? Please. Raiding, looting, you betrayed who we are. You betrayed Richmond. Come on, David. This is Richmond. What's that supposed to mean? What's that supposed to mean? I ain't got nothing to say. Start talking. Or I promise you, you're gonna scream. Okay. Okay. Take it easy. I'm waiting. Come on, man. It wasn't like we were doing this by ourselves. Joan was in on it. We did it on her orders. She... She said we needed it to survive. I wanted to let you in, but she told me you'd never go for it. I'm... I'm sorry. It is too late for sorry, you backstabbing shitbag. Please. Don't kill me. I'll help you. I'll tell everyone in Richmond about this. I'll help you get back inside. Expose her to the others. We don't need your help. I beggin' you! Göttliche Intervention? Hahaha. Was denn... Well... There are just... There are just... What's up here? Huh. Did I get here? I got to ask. Well... I got to ask. Well... Das machte dich besser? Ich würde keine Teile, wenn ich dich wäre. Vielleicht würde ich sie für dein Bruder geben. Du bist richtig richtig. Der Mann verdient alles, was er hat. Be careful, Javi. Geht wie ein beast. Du riskierst, was du menschlich macht. Du bist nicht die Sache, die du möchtest. Wenn er stärker war, würde er immer noch sein. Er war nicht, also er ist nicht. Das ist das. Manchmal gibt es einfach keinen anderen Weg, um alles richtig zu machen. Das stimmt. Mein Freund hat eine Krohbar nach jemandem. Meine Leute müssen wissen, was wir hier gefunden haben. Was für deine freundlichen Freundschaften? Ich bin froh, dass du interessierst. Die Menschheit ist nicht genau auf deinem Liste der Priorität. Sie haben keine Zeit, um zu schauen. Sie wollen mich nach Hause und ihnen warnen. Das ist das, was ich mache. Je schneller, desto besser. Du bist sicher, dass du dir okay bist? Ja, der kommt schon klar. Glaub mir. Ja, der kommt schon klar. Glaub mir. Ich muss Elinor ausbauen. Wenn sie sicher ist, ich... Ich werde sie sagen, wie ich fühle. Hey, wenn die Scheine nicht auszuhören, dann können wir die Hände tiefen. Wir brauchen die Mitglieder in Richmond. Lingard und Clint, sie sind unsere beste Betten. Wenn ich sie nach denen vor, dann vielleicht haben wir eine Chance. Ich weiß, dass ich bereit war, zu sagen. Aber ich kann das nicht ohne dich. Kann ich auf dich sein? Ich kann das selbst nicht auszuhören. Ich werde dich auf. Aber ich mache das für Kate. Nicht für dich. Okay. Wenn wir es fertig machen können. Wenn Lonnie aufbauen wird, dann wird sie uns auf den Garten warten. Es gibt einen Weg nach hinten, der wird uns um die Zentren. Wir können Badger holen. Ich warte, dass er nicht. Komm her. Wir müssen auf den Weg gehen. Ob der wohl überleben wird, dieser Badger? Oder ob wir den... Ob der sich wirklich verwandelt. Och, mein Nase. Ich habe mal irgendwas gelesen bei The Walking Dead. Also bei der Serie auf jeden Fall. Irgendwie bei jedem überlebenden Menschen... Oder auf jeden Überlebenden kommen irgendwie... 400 Zombies oder so. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht. Auf jeden Fall irgendwas mit vier. Das ist das beste. Javi, das ist wo du gehen kannst, um Kate und Gabe zu bekommen. Dann bringe sie in meinem Haus. Das ist das mit den Raven auf der Hitching Post. Wir werden alle da dort treffen. Nachdem ich ein paar Besuche mit Joan. Bleiben uns aus dem Haus. Sie werden sich für uns aufhören. Als ich zu bekommen Kate und Gabe, dann sehen wir dich wieder in der Haus. Das. Ich werde nach vorne. Was für dich, Clem? Ich bin ziemlich sicher, dass ich noch ein paar Freunde in der Neue Frontier habe. Wenn sie wissen, wo A.J. steht, dann werden sie mir sagen. Als ich ihn finde, dann nehme ich das Auto, dann nehme ich das Auto aus hier. Na, du bist ein Fahrzeug. Ich bin sehr sicher, dass ich deine Jawahme. Ja, ich bin ein paar Tage. Ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin mit dir, Clem. Ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin mit dir, Clem. Als ich mit Kate und Gabe bei uns, werde ich herausfinden, was für uns ist. Ich hoffe, dass es weiter geht. Ich hoffe, dass es weit entfernt. Ach, ich liebe sie. Äh, ich soll schleichen, ne? Aber auf was soll ich... Ach, das ist schon wieder ein Grafikfehler. Auf was soll ich denn achten? Hm. Lass mich überlegen, was haben wir denn da? Wo soll ich denn... Achso, da. Ach, stimmt. Da hätten wir auch die Wahl gehabt. Entschuldigung. Mir wurde nur das angezeigt. Kann ja nicht immer mitdenken, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass man in der dritten, also jetzt hier in der dritten Staffel nicht so viel zu tun hat, als in den ersten beiden Staffeln. Da musste man noch rumlaufen und gucken und so. Und hier wird das alles schon von alleine gemacht. Das ist mehr so wie so ein Film. Find out. Tell her, we have to move, Kate. You got it. I'll meet you here. Harvey! Pst, 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 pst. Wie ihr seid ihr seid, habt ihr geplant. Das stimmt. Wir sind einst zum Warten. Die Leute, die stehe, sind keine, Almost nicht leidens. Wir müssen hier gehen. Wo ist mein Vater? Er kommt? Ja nicht, Vater. Wir haben ihn mit ihm. Entschuldigung? David hat eine gesunde in der Stadt. Er denkt, wir werden dort gut sein. Dann gehts wir. Wait, Javi... Während du weg ist, diese Frau, Joan, kam bei. Ich fühlte mich, als sie mich aufzuhalten. Es war verrückt. Sie bezeichnet David war in der Probleme, als er nicht mehr in der Lage war. Sie immer sagen, Gabe und ich nicht mehr zu beschäftigen, aber es macht mich nur mehr zu beschäftigen. Joan hat sich das Haus vor David zurückgezogen. Sie ist auf die Strecke. Was bedeutet das? Die Leute, die Sie schrauben? Sie antworten sie. Sie hat eine andere Settlemente geordert. Wir haben alle diese Sachen von Prescott. Sie war hinter Prescott? David ist auf die Allies zu treffen, um sie zu treffen. Javi, ich weiß, dass du hier versucht hast, aber das ist nicht unsere Kampf. Wir haben bereits Marii verloren, weil diese Leute. Jetzt ist der ganze Ort, um eine Zettbewerbung zu werden. Die einzige, was ich überlebt, ist, ist, dass du sicher bist. Dann wirst du wissen, dass wir nicht involviert werden können. Was ist passiert? Was ist passiert? Tripp sagt, dass wir nach David gehen müssen. Wir machen das nicht. Wir werden die Beste aus der Richmond, bevor es zu lange ist. Gehen zu? Du darfst sogar nicht aufstehen. Was? Was ist mein Vater? Wir können ihn nicht einfach nicht verlassen. Gabe, wir wissen nicht mehr, wer er ist. Wir müssen uns weg, bevor er uns alle getötet hat. Aber er wird nicht wissen, wo wir sind. Wieder! Ich kann nicht zurück, wie es das war, bevor. Ich hoffe. Ai, 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 ai. Gabe, komm, hilf. Ich habe es. Er hat so einen Humpelhals. Ich gehe nicht, Javi. Was? Was? Ich werde meinen Vater finden. Ich muss es. Gabe, bitte nicht. Ich gehe nicht, ich gehe nicht, Javi. Aber das ist etwas, was ich muss machen. Gabe. Lass ihn da. Lass ihn da. Nein. Bitte, Gabe. Bitte. Ich habe nie gedacht, dass ich eine Mutter sein kann. Ich habe nie gedacht, dass ich eine Mutter sein kann. Bis ich dich und deine Frau. Könnt ihr euch bitte mal entscheiden? Leute, guckt mal auf den Tacho. Wir haben keine Zeit. Lass den Jungen noch machen, was er will. Ey, er will zum Mann werden, soll er alleine klarkommen. Ey, wo ist das Problem? Er ist ja nicht gerade unsicher da, ne? Also für ihn. Für David. Ja gut, weiß ich nicht. Mal sehen. Ich glaube, Gabe würde gerne bleiben mit uns. Ich habe ihn wirklich als meine Kindheit gesehen. Ich glaube, er fühlt sich nicht so ähnlich. Er ist David's son, nicht unser, egal wie lange wir ihn haben. Du wirst wirklich nicht so denken. Du kannst nicht. Das ist die Wahrheit. Oh, no. Ich habe ihn da, Leute. Und ich würde mich erklären. Ich würde schnell sprechen. Ich würde schnell sprechen, schnell und sicher. Jetzt ist es leicht. Wir waren gerade auf der Weg raus. Das ist er, richtig? Der Bruder? Ich dachte so. Bring ihn in. Kate! Run! Oder Bücken vielleicht mal. Irgendwie aus dem Weg gehen, Mädel. Weg. Och, immer passiert was. Das ist die Folge jetzt zu Ende. Würde mich nicht wundern. No, noch nicht ganz. Oh, David. Mmh. Exekution? Jaja. 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 Arzt in so einem jeden Tag. Jaja. Ihr schaukelt einen Bruder zurück in Richmond. Deine. Wer ist, David? Es lohnt sich, dass du trahlst. Du hast nur gewonnen. Du hast einen blaue Nerv. Wir sind so nahe. Oh, du bist ein ruhen. Wenn jemand trahlst. Du bist. Du. Was haben die Leute und Aboutlegte? Also, du hast. Du. 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 Ich würd's gerne, wenn ich die dürfte. Bitte? Das sind die Leute, die du sprachst. Sie waren anstrengen andere Settlemente, zählte und verletzte auf Joan's Orders. Ist das wirklich, Joan? Es ist nichts, aber eine Schraubung. Eine ziemlich transparente, wenn du mich fragst. Lani, bitte sag mir, dass das nicht wahr ist. Wir haben das gemacht. Bitte? Bitte? Warum geht's die denn weg? Dürfte ich bitte noch was sagen? Das ist... Dürfte ich bitte noch was sagen? Nein, es ist eine Zeit, um ihn zu verraten. Nein! Nicht versuchen, ihn zu versuchzen. Dinge, die Sie getan haben, er ist ein Verruf auf was wir hier gebaut haben. Sie und Ihr Bruder? Sie müssen sie aufwarten. Ich habe noch Freunde hier. Allies, das nicht weitergehen. Ihr bricht das für dich, David. Ich bin, es sei zu sagen, aber Sie sind hier fertig. Sie waren unsere Familie, David. Wie kann man das? okay hast du den wunsch deines bruders respektiert du und 65 prozent der spieler verlangten gerechtigkeit für den mord an marianna ja hast du versucht älter zu retten du und 84 prozent der spieler spritzen älter die medizin wie ist betcher gestorben und 5,4 prozent der spieler töteten betcher schnell der spieler schlugen betcher schädel ein das habe ich ja getan sondern der spieler ließen zu dass betcher sich verwandelt spiel ließen niemanden an bett anderen betcher töten was war das schicksal von max du und 43 prozent spieler töteten merks und beobachten wie david ist tat oder beobachteten wie david ist hat das so auf wessen seite hast du dich letzten endes geschlagen du und 46 prozent der spieler beschlossen mit kate zu gehen okay das ist interessant gut dann kann ich ja jetzt ein cut machen und dann sage ich mal tschüss bis zum nächsten mal